Nein. Jule! Das ist so eine schöne... Das ist auch so eine... So eine alte... Oder ist das so eine... Die blaue... Was meinst du? Achso, nee, das ist so eine Schlachtemolle. Kommt her! Stopp! Die Länder und da... Herrlich. Ja? Das ist echt ein schönes Gestalt. Die sind von der Kelle Art. So gleich. Wie viel Lass ist es? Jule, was machst du denn da? Ja, mit dem, äh, ich weiß nicht, die hätte ich. Und das hatte ich ja mit ihm am Telefon, naja, das fände ich mir auch nicht so gut, wenn er dann untere Knoten wäre und so, hat er zu mir gesagt, ne? Weil er liebt ja seinen Hund auch und wenn er so ein Lieber ist, willst du denn, da kommt ein Hund und der macht dann nach kurzer Zeit deinen Hund. Das wird doch nicht so gut, das ist so viel zu gut, das ist ganz schön. Er schlaffert ihr die ganze Zeit die Ohren. Und wenn er aufhört, dann gibt es ihm ein Fötchen, das er weitermachen soll. Seine Hartnäckigkeit hat gesiegt. Ja, eindeutig. Ja, ich bin schön. Ja, ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Vielen Dank.